Now I'm on the outside So aus Spaß Also halt mal so ein Projekt für zwischendurch Was ich mal ab und zu bringen werde Ja ich hoffe das mögt ihr auch Und ich würde sagen Gucken wir mal in die Random Level rein Ich habe jetzt einfach mal was gemacht Ja es könnte auch passieren Dass ich ein bisschen huste Also deswegen sorry dafür Machen wir mal einen Rope Swing Äh Hä Oh ich muss das absprechen Spreng ich Genius Weil Ich grab auch irgendwie Immer die passende Stelle Ähm Ja ich bin noch nicht der Beste in Happy Wheels Geil Äh Vor allem weil das mit diesen Tastenkombinationen immer so Also mit diesen Mit der Steuerung immer so ein bisschen Komisch ist Äh Ja deswegen bin ich ein bisschen Noobie Ja ich Ach komm Also ich probiere nicht immer so lange für die Level Weil sonst ist das ein bisschen Zu dumm Pogo Jump Extreme Glaub nicht dass ich das überlebe Aber Ein Versuch ist es doch bestimmt wert Yeah Haben wir doch easy geschafft Lustiger ist gerade irgendwie Dass ich mich nicht bewegen kann Hello Achso So jetzt geht's Ähm Ja Aha Ich bin gerade ein bisschen verpeilt Weil es halt wie gesagt Spätabend ist Ich bin voll oft verpeilt in meinen Aufnahmen Ich hoffe das Könnt ihr dann verstehen Dass ich mal Dass ich halt so verpeilt Öfters bin So Ah Geil Dankeschön dass du da Oh Dankeschön Alter Kannst du mal Also Ich möchte nicht so ein Ding haben Ich möchte nicht so ein Arsch Auf einem Arsch Haben Ach komm Dann machen wir das Level lieber noch einmal GG ist schon tot Nur weil er so ein bisschen getroffen wurde Okay Also wie gesagt Ich bin halt schlecht Ich spiel's halt jetzt Paarmals in meinem Leben Also ich hab halt Ein paar Looten Die Happy Wheels Folgen mal gesehen Also recht viele Guck die so seit zwei Monaten jeden Tag Oder so ungefähr Hm Also deswegen kenne ich halt gut Happy Wheels Vom Aufbau her Aber von der Steuerung Und von selber zocken Bin ich ja noch ein Noob drin Hab's halt erst so fünfmal gespielt Aber also Folgen gucken tue ich gerne Ja Spielen ist eigentlich auch cool Aber Ihr seht ich bin halt noch recht schlecht Ja Muss ich halt erst dran gewöhnen Dass ich zwar nicht mit WASD steuert Sondern mit den Falltasten und da bin ich schon wieder tot Och ich hat's was Äh 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 Don't move Komm Da gewinnen wir doch eh zu 100% Ja was soll man denn nehmen Ich hoffe das in der war jetzt richtig Und ich glaube er war schlecht oder wir können uns vielleicht noch rein drücken Ne Ich glaube wir hätten äh Vater und Sohn nehmen müssen Äh nein jetzt höre ich wieder den Fall schon genommen Äh hier Mal gucken ob der der richtige war Auch nicht Auch nicht What Ach geh doch einfach rein Gigi dass sein Level so viele äh Dings so viele Bewertungen hat Aber es nicht funktioniert Fünf Sterne Aber es funktioniert nicht Gigi Opa Oh der Opa war's Da hätte er erst einmal reinschreiben sollen Also echt Helm mit Ja äh Der Opa hat aber keine Helm Okay Okay doch das war der Opa Sonst steht da ja Ju und Leg Okay Also ist das geklappt Da hätte man es aber wirklich reinschreiben müssen Hier steht ja Dings Wo ist von Opa Äh ja So Throw Swords Throw Alter Achso So Ja die Arme stecken fest GG Also Swords Swords Throw Habe ich noch nie gemacht Wenn ich ehrlich bin Alter Als ob Grab die Scheiße doch Alter Als ob ich die jetzt nicht hinkriege GG Aha So Okay Das war nochmal ein Profi Wurf Okay Also ich habe Mittlerweile den Dreh raus Ich versuche es aber noch einmal Weil Ich halt recht schlecht bin Weil ich das halt wie gesagt jetzt zum ersten Mal mache Und Swords Swords Ach Alter Als ob Als ob ich immer Guck mal hier Hier Wisst ihr was Wir machen das doch einmal Oh man kann nur den auswählen Geil Ich dachte man könnte auch Shades Character machen Ja GG Ich komme nicht höher Okay Also Wir können hier mal Gerne reinschreiben Wie es geht Spend some time on this Nee Kein Bock Ähm Mortal Wo war es Mortal Kombat Hier Ähm Ja Aim in the head GG Oh Habe ich es geschafft Oder kommt noch irgendwas Kommt noch was Also so meine ich das aber mit So So müssen die Arme frei sein Gerade war es irgendwie Dass die gestackt haben Aber okay Ich glaube wir haben es geschafft Und es gibt einfach kein Victory Weiß ich nicht Wheel Freefall 2 Cool GG Okay Obstacle Run Color Alter Da waren ja Minen Habe ich ja gar nicht gesehen Haaa GG Töte mich nicht Töte mich nicht Nein Als ob Da bin ich schon so weit gekommen Für meine Verhältnisse Und dann Scheiterts an An diesen Scheiß Harpunen Als ob Ich bin gesprungen Wenn du noch einmal nicht reagierst Wenn ich springe Und dann springe ich immer zu hoch Und komme an diesen Scheiß Spikes dran Aber ausrüsten Sollte ich jetzt besser nicht Weil es ein bisschen Zu spät dafür ist Alter Als ob Als ob Ich hier nicht weiterkomme Alter Ich drücke nur ganz kurz Auf diese Leertaste Und guck mal wie hoch Der immer spring Als ob Als ob Das ist nur Glückssache Das ist im Prinzip Nur Glückssache Wiederspringt Guck mal Jetzt Guck mal Beim ersten Mal passiert nichts Beim zweiten Mal Jetzt gerade auch nichts Gerade ist aber was passiert Und ich mache im Prinzip Nichts anders Jetzt passiert es diesmal Beim dritten Mal Wetten Oha Ah gg Mich doch am Arsch Ey Das 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 Leute Da müsst ihr mal einfach so Könnt ihr mir mal ein Hashtag reinschreiben Wo es easy level gibt Für Anfänger Weil Echt Das ist doch nicht mehr schön Wenn man hier überall verkackt Ja Geil Dankeschön Das habe ich jetzt gebraucht Kleines Kitty Mit Messer Also da hat dich Mutter aber nicht gut Erzogen Ich lasse mich aber trotzdem mal leben Oder ne Komm Stirb einfach Sleeping homeless Baba Ich habe Angst Dass ich da jetzt Das sieht ein bisschen Äh Nein Nun ja Komisch aus Wo der das Schwert hat GG Ich glaube ich so eine Fette da kleben Das Das war doch jetzt mein Profi Aber Trotzdem möchte ich diese Fette jetzt hier Am Arsch kleben Wortwörtlich Am Arsch kleben Ja Endlich Geht doch Woran bin ich jetzt geschwommen Ist das behindert Als ob ich direkt daran sterben würde In echten Leben Ja Jetzt Geh doch nach vorne Alter Als ob ich direkt daran sterben würde Ich bin Ich habe mich einmal umgedreht Und mein ganzer Körper ist explodiert So Alter Habe ich das Messer gerade weit geworfen Als ob Da haben uns einfach alle getötet gegenseitig Als ob Was ist das bitte für Mongo auf dem Pogo Als ob der direkt so Guck mal dann Benutze ich doch Die links rechts Taktik Ich weiß Die geht eigentlich nur auf dem Fahrrad Aber trotzdem Gehe ich dann einfach nach hinten Mit dieser Taktik Alter Ich schaffe hier gar nichts Wir haben noch keinen Victory Sound gehört In dieser Folge Alter Leute Ich brauche irgendwas für einen Victory Was denn Einfach Bottle Run Ich weiß nicht Als ob die so schnell irgendwie runterfallen Hä? Wie soll das denn gehen? Ich kenne andere Bottle Runs Dort muss man einfach nur What? Ach Leute Ich kann hier gar nichts Ich kann gar nichts Sag mir Wie wird man so gut denn Happy Wheels? Das ist doch unmöglich So gut zu sein Boah Ich gucke mir jetzt den Post-Level an Damit ich wenigstens Einmal diesen Victory Sound erlebe Ach ein Äh Don't move level meine ich Ja Dankeschön Dankeschön für diesen Sound Äh Rob swing hard Ich weiß Hard ist nicht sehr gut Aber okay 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 Nein Tschüss Das mache ich auf gar keinen Fall Äh Ball throw Habe ich auch noch nicht gemacht What? Okay Kill the homopair Nein Mach ich garantiert nicht Tschüss Das ist schon ein bisschen Scheiß von ihm Würde ich wenn ich jetzt einen Account hätte Direkt 0 Sterne geben Weil ich finde es irgendwie scheiße Dass man so sexistisch ist Einfach mal und sagt Kill the homopair Äh Aber okay Äh Dann würde ich sagen Ich habe nochmal Bock Auf so ein easy rope swing Vielleicht finden wir einen Das muss ja sein Das kann ja sein So Noch eine Minute Kann man ja noch was machen Rob swing easy Mal gucken ob der wirklich so easy ist Ah Okay gut Haben wir schon mal Äh Für einen Noob wie mich Ist das schon mal Ganz gut Dass wir Wenigstens das haben Und da haben wir uns falsch gedreht Aber okay Alter Aber es ist möglich Wenn ich jetzt ein bisschen trye So Okay Welche Richtung geht das Ding Und da reißen meine Arme ab GG So viel Pech kann auch nur ich haben Guck mal Dann bin ich schon so schlecht In Spielen Und dann habe ich noch dazu Pech Dass noch in Minecraft In Sg so Dann Oder Quickest G besser gesagt Ich bin erstmal noch so schlecht Ich habe erstmal Keinen vernünftigen PvP Skill Weil ich so schlecht bin Und dann finde ich noch Kein Schwert Alle anderen haben Schwert Ich laufe dort 20 Minuten rum Und finde einfach kein Schwert Also Das kommt dazu Ich bin neulich der Beste In manchen Spielen Wie z.B. Minecraft und Happy Wheels Und da kommt es noch dazu Dass ich so viel Pech habe Und Jawohl Okay Perfekter Abschluss Wie gesagt Ein kleiner Noob Ich hoffe ich werde nicht verbessern Ich hoffe ich werde nicht verbessern Ja das ist im Prinzip so ein Projekt Wo ihr meine Fortschritte sehen könnt Gucken halt wie ich mich verbessert habe Und ja ich hoffe euch gefällt das Ganze hier Ist halt wie gesagt jetzt so ein Projekt Bin ich persönlich gut daran Aber ihr könnt sehen wie ich mich verbessern Dann bis zum nächsten Video Ich hoffe es hat euch gefallen Bewerten nicht vergessen Kommentieren und abonnieren auch Wenn ihr wollt natürlich nur Und ja dann bis zum nächsten Video Haut rein und ciao